Meine Damen und Herren, gerne würden wir, Werner Rottler und Thomas Konradi, mit Ihnen gemeinsam heute unseren traditionellen Neujahrsempfang der beiden Wirtschaftskammern hier im Bodensee-Forum feiern. Übrigens, es wäre der 50. gemeinsame Neujahrsempfang der Handwerkskammer Konstanz und der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee. Der 50. Ja, und gerne würden wir in Gesprächen, in Reden Bilanz ziehen wollen über das Jahr 2020 und einem Redner, der etwas zu sagen hat, Gelegenheit geben, ein Blitzlicht auf das, was vor uns steht, zu werfen. All das geht nun dieses Jahr nicht. Leider. Aber wir sind heute digital bei Ihnen präsent. Vor einem Jahr war meine Botschaft, gelänge es uns, in einer komplexen Welt, in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft nicht nur den Status Quo zu verwalten, sondern auch Zukunft zu gestalten, dann wäre 2020 ein gutes Jahr gewesen. Das Jahr 2020 kam und es kam völlig anders als gedacht. Corona ist eine Prüfung, der wir uns gemeinsam stellen müssen. Solidarität ist es von uns allen gefordert. Da reicht das Klatschen auf dem Balkon für das Klinikpersonal nicht aus, das ohnehin deutlich nachgelassen hat. Denn je länger die Einschränkungen dauern, desto stärker weicht die Solidarität dem Egoismus. Grenzen werden wieder wichtiger. Die Ungleichheit der Gesellschaft nimmt zu. Und auch die Frage, wie die gewaltigen Summen der staatlichen Hilfeprogramme zu schultern sind, wird immer häufiger gestellt. Die gesamte Wirtschaft unserer Region war und ist herausgefordert. Handwerksbetriebe wie Friseure, Kosmetiksalons, das Nahrungsmittelhandwerk. Ja, eigentlich jede Branche im Handwerk war in irgendeiner Weise von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Und diese Betroffenheit, die galt eben auch für alle Branchen im Bereich von Industrie, Handel und Dienstleistungen. Kein Unternehmen, das nicht mit den Themen Umsatzausfälle, Einbrüche von Auftragseingängen oder mit dem Thema Kurzarbeit sich auseinandersetzen musste. Denn letztlich unterbrach die Pandemie ganz gewohnte Wirtschaftskreisläufe. Sie entwickelte disruptive Kräfte. Und nicht nur die Politik und Gesellschaft war gefordert, auf die neue Lage neue Antworten zu finden, sondern auch unsere Mitglieder waren gefordert, innovativ mit dieser Situation umzugehen. Viele Unternehmen in unserer Region haben genau das getan. Sie haben nachgedacht. Sie waren kreativ. Und sie haben dann schnell reagiert. Quasi über Nacht wurden neue Digitalisierungsstrategien entwickelt und neue Tätigkeitsfelder erschlossen. Und blitzschnell waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei und haben losgelegt. Das nenne ich mal Veränderungsgeschwindigkeit. Was ich sehe, und das macht mich stolz, ist, dass der Großteil der Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten große Verantwortung zeigt. Die meisten Unternehmen haben staatliche Hilfen in der Regel nur genutzt, wenn es wirklich nötig war. Trotz Corona haben sie stabil in Ausbildung und damit in die Fachkräfte von morgen investiert. Zahlreiche junge Meisterinnen und Meister haben auch 2020 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und viele von ihnen haben der Krise mit neuen Ideen getrotzt. Wir danken all jenen, die die Zukunft fest im Blick haben. Die nicht nur in Quartalen, sondern in Generationen denken. Nutzen wir also die Corona-Zäsur dazu, die aktuell geforderte Flexibilität, Innovationskraft und Solidarität ins Morgen zu bretten, um eine neue, vielleicht bessere Welt zu schaffen. Veränderungen sind machbar, und das in kürzester Zeit. Und ich traue mich jetzt einfach mal zu sagen, trotz Corona ist doch vieles erstaunlich gut gelaufen. Wir haben nun viel Übung darin, uns auf veränderte Rahmenbedingungen schnell einstellen zu können. Bewahren wir uns den Glauben an die eigene Innovationskraft, um gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft zu bauen. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Ja, und unseren 50. gemeinsamen Neujahrsempfang feiern wir dann eben 2022. Bis dahin gute Zeit, Ihr Werner Rottler. Und hier Thomas Conradi.